Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd aus dem Englischen von Hubert von Bechtholzheim. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Graham Mayer, Christian Brückner, Teresa Forrest, Katharina Palm, Jocelyn Coleman, Karl Liefen, Henderson, Herbert Weisbach, Nora McGill, Bettina Spier, McNeil, Walter Reneisen, Agnes McLachlan, Annemarie Schradig. Ferner Manfred Böhn, Judith Herbster, Walter Laugwitz, Matthias Lea, Michael Quast, Margarete Saalbach, Willi Schneider, Christoph Zapatka und Katharina Zapatka. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Musik Lutz Köhler, Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1989. Dramaturgie Ursula Ruppel. Musik Lutz Köhler, Musik Lutz Köhler, Musik Lutz Köhler,